Alles, jetzt geht schon wieder los, die Münchner und die aus Trier. Hallo Sami, super schön, jetzt warte mal, den Sami möchte ich jetzt gerne, da gibt es drei Pünktchen, da gibt es drei Pünktchen. Und Sami hat mich nämlich hier so etwas, etwas bewusst gemacht, ich hoffe mal, das klappt so. Aus Leipzig, Luxemburg, Mallorca, also ich liebe das ja schon zu sehen, wo ihr alle gerade seid, Krefeld, oh wie schön. Ja, Resi und Roll, ihr kriegt übrigens voraussichtlich heute noch eine E-Mail, ja aus Thüringen. Kloppenburg, ja wundervoll, dass wir alle wieder da sein können und dass es die Möglichkeit einfach gibt, dass wir tatsächlich zu jedem kommen dürfen nach Stuttgart, ganz schön, oder bei Stuttgart. Ja, wer sich so ein bisschen mit Zahlen, ich habe so ein bisschen ein Faible für Zahlen, aus vom Mondsee, sehr schön, Frankfurt, Heilbronn. Ich komme immer nie zu was anderem sagen, als vorzulesen, wo ihr alle herkommt, für all die, die den Chat nicht lesen können. Ganz schön, also heute ist ja der 26.04.2020. So, es sind also alles gerade Zahlen, also diese Wirkung der Zahlen auf alles, die guten Morgen nach Südtirol, nach Beureuth, Untermost, Frankfurt, aus Zürich, jetzt kommen die Schweizer, nach Tirol, ganz liebe Grüße, nach Düsseldorf, ja, schön, alte Rüse, Oranienburg, wunderschön. Genau, diese Zahlen, die ja auch immer ein Ausdruck sind von der Energie, aus Worms, Vulkaneifel, guten Morgen, ihr Lieben, das geht ja zack, zack, gut, meint, ich soll erst fünf Minuten vorher online gehen, dachte ich, nee, das ist eigentlich total schön, euch hier so ein bisschen zu begrüßen, aus Niederösterreich, ja, also was ich eigentlich sagen wollte, so ist es immer, da kommen wir nicht dazu, ist, dass heute natürlich wieder ein ganz besonderer Tag ist, eine ganz besondere Energie, die man oft einfach auch am Datum, unabhängig von der ganzen Astrologie, von allem Möglichen, lesen kann, und eben dieses 2, 6, was die 8, die Unendlichkeit gibt, die 4 sowieso, und dann die 20, 20, was auch wieder die 4 ist, auch wieder die 8, bin ich jetzt eigentlich richtig, ja, ne, die 8 und die 8, sonst mache ich das gerade, wie die Merkel, guten Morgen nach Aschaffenburg, Ludwigsburg, Parsing, Hamburg, aus dem Mannsfelder Land, schön, dass ihr alle dabei seid, ganz, ganz schön, aus Hegau, Kitzbüh, wow, aus dem Sauerland, da wäre ich jetzt normalerweise eigentlich, in Willingen, Gütersloh, Düsseldorf, vom Wilden Kaiser, ich bin gezeugt worden, im Hotel, oder direkt neben dem Hotel, Wilder Kaiser, aus der Oberpfalz, Kirchzarten, ja, da waren wir auch mal in der Nähe, in Freiburg, haben wir lange gewohnt, und vom Bodensee, Hallo Patrick, Katja aus Köln, guten Morgen, aus Ungarn, und aus Wasserburg, wie schön, Wasserburg am Inn, oder am Bodensee, oder es gibt wahrscheinlich noch viele, viele Wasserburger, aus Südtirol, Mainz, Budapest, jetzt wären wir schon wieder ganz schön international, ganz schön, was hatten wir jetzt, aus Luxemburg, Budapest, aus Mallorca, was war das jetzt vorhin noch, Schleswig-Holstein, nochmal, Südtirol, Italien ist ja auch, Schweiz, Österreich, unser Dach, unsere Dachländer, aus Wien, die Österreicher, Nordsee, es ist so schön, macht euch das, also ich finde das so toll, euch jetzt überall präsent zu wissen, wirklich so Bewusstseinslichter, das immer wieder sich das bewusst zu machen, über welches Feld jetzt wir uns wirklich, über welchen Raum wir uns erstrecken, das Bewusstsein ist an, die Freude ist da, die Dankbarkeit ist da, und wir wirklich in dieser Verbundenheit, jetzt in diesem großen Feld, einfach ein Lichter, ein Lichternetz auch ausbreiten, was dieser Zeit und dieser Welt uns sowieso immer gut tut, aus Zürich, guten Morgen, aus dem Saarland, Düsseldorf, Frankenwald, Thüringen, komm gar nicht so schnell nach, loszulesen, aus Lindau, aha, Andrea, kennen wir uns eigentlich, ja, Lindau können wir sehen, aus Basel, Innsbruck, Kuhstein am Bilden Kaiser, ja, aus der Schweiz, Oberösterreich, Dresden, Berlin, Brandenburg, ja, ganz, ganz schön, aus Aachen, ja, ich gehe immer gerne ja über die Wahrnehmung, das was jetzt ist, das so viel, das ist wie so ein Feuerwerk der Freude und ein Feuerwerk auch der Verbundenheit mit euch allen, auch dass ihr wirklich euch diese Zeit nehmt, dass es euch so wert ist, wirklich live dabei zu sein, auch wenn man das natürlich als Aufzeichnungen später bekommt, aber dieses wirklich live jetzt mit uns gemeinsam präsent zu sein und unser Bewusstsein auf die bestimmten Themen zu richten, damit wirklich immer mehr Licht im Wissen und Sehen stattfinden kann, ist natürlich ein ganz, ganz großes Geschenk und natürlich könnt ihr eure Fragen dann in den Live-Chat schreiben, aus London, hi, aus der Schweiz, aus, nochmal, aus dem Schwarzwald, Villingen, Schwenningen, aus, Eltville, an der Mösel, aus Kochen, Ludwigsburg, Südfrankreich, aus Berlin, hallo Sascha, hast du es doch noch geschafft, pünktlich da zu sein. Ja, also einfach vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, dass ihr da seid und dass wir gemeinsam einfach wirksam als dieses Bewusstsein sind, ohne dagegen oder dafür sein zu müssen, sondern aus diesem Raum. Das Erkennens, wer wir sind und der Entscheidung. Was hast du heute für Themen? Das Werkzeug Mensch. Das Werkzeug Mensch. Also wir sind mal wieder richtig. Liebe Grüße nach Hamburg. Hallo Ute, aus der Oberpfalz. Hallo Andrea. Ja, ist ganz nett jetzt, weil, Hallo Petra, weil ich jetzt doch viel von euch auch in der letzten Zeit persönlich, sind wir schon soweit? Ich bin gerade so schön im Reden. Oh, jetzt kommt Kurt. Gibt ein Lied, ne? Jetzt kommt Kurt. Gibt es das? Ja, es gibt ein Lied. Das müsste man eigentlich als Intro einspielen. Na sowas. Also genießt es, ihr Lieben. Ich versuche die Fragen wieder ein bisschen zu sammeln. Sami übrigens, dass ihr das einfach auch wisst, der ist hier mit im Chat Moderator. Er wird euch immer wieder darauf hinweisen, mit eurer Aufmerksamkeit bei dem zu sein, was Kurt erzählt. Und die Fragen könnt ihr dann später während der Fragenzeit in den Chat schreiben. Ich versuche zwar hier so ein bisschen mitzuschreiben und zu notieren, die Fragen dann zusammenzunehmen. Es wird auch so sein, dass die natürlich Kurt in der Fülle der Menschen, die hier sind, der Fragen, die auftauchen, dass nicht alle Fragen beantwortet werden können. Individuell, also vom Themenbereich denke ich ja. Aber es wird auch später dann noch im Chat, auch bei YouTube, wir stellen das ja dann immer samstags vor dem Sonntag, das alte nochmal online. Da könnt ihr natürlich auch Fragen stellen. Und wir schaffen es nicht mehr, wirklich alles zu beantworten. Wir sehen alles. Aber Sami wird uns auch helfen, mit zu beantworten. Also keine Angst, ihr werdet alle betreut. Es gibt ja auch auf Facebook die verschiedenen Gruppen. Sami kann das vielleicht noch reinschreiben. Und viel Spaß und viel Bewusstsein. Also auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Die beste Vorbereitung auf die Aufgaben, die vor uns liegen, ist, das Werkzeug Mensch zu optimieren. Dazu gehört die Identifikation mit der Illusion des Ich zu beenden und bewusst zu leben als der, der ich wirklich bin. Sich bewusst zu machen, wer führt eigentlich mein Leben? Wer trifft meine Entscheidungen? Wen meine ich, wenn ich Ich sage? Ich kann ja nur zu dem Ich sagen, der ich wirklich bin. Der entscheidende Schritt ist, aufzuwachen aus dem Traum, wach zu sein. Solange Sie sich als Mensch erleben, solange ziehen Sie damit die ganz normalen menschlichen Probleme an und leben in der Illusion des Ich. Erst wenn Sie sich erkannt haben als reine Existenz, die nur vorübergehend in die Begrenzung einer menschlichen Existenz gegangen ist, um hier bestimmte Erfahrungen zu machen, beginnt das eigentliche, wahre Leben. Das Leben eines Menschen beginnt nicht mit der Geburt seines Körpers, sondern erst in dem Augenblick, wenn er zu sich selbst erwacht und lebt als der, der er wirklich ist. Und dabei bestimmt Ihr So-Sein, Ihr Schicksal, Ihr ganzes Leben. Und jede Veränderung Ihres So-Seins bewirkt im Außen eine entsprechende Veränderung in Ihrer Realität. Und Sie können von einem Augenblick zum anderen alles ändern. Und sobald Sie Ihr So-Sein dauerhaft verändern, ändert sich auch Ihre Zukunft dauerhaft. Machen Sie sich bewusst, dass Sie in jedem Augenblick Zukunft verursachen. Warum also nicht gleich eine Zukunft, auf die Sie sich freuen können? Dem Leben ist es ganz gleich, was Sie verursachen. Es liefert, was Sie bestellen. Der erste Schritt dazu ist, zu akzeptieren, dass es derzeit so ist, wie es ist. Denn Sie können nur etwas ändern, wenn Sie zuvor erkennen und akzeptieren, dass es jetzt so ist. Dann aber wartet das Leben nur noch auf Ihre Anweisungen. Und vor allem überlassen Sie die Führung Ihres Lebens nicht mehr dem Verstand. Sondern führen Sie Ihr Leben wirklich selbst. Sonst ist es nämlich gar nicht Ihr Leben. Ihre erste Anweisung an das Leben ist, als wer beginne ich diesen Tag? Wer führt mein Leben? Wer trifft meine Entscheidungen? Sie sind ein permanenter Sender und ziehen damit zuverlässig entsprechende Ereignisse in Ihr Leben. Vor allem aber sollten Sie unerwünschte Ereignisse nicht mehr anziehen durch negative Energie, wie Ärger, Stress, Ängste, Sorgen. Indem Sie diese Energien sofort umwandeln, bevor sie als unerwünschte Ereignisse zur Realität werden. Dazu gehört auch die Kunst des Vorauserlebens, mit der Sie einem Gespräch, einer Situation oder einem Ereignis der Zukunft die gewünschte Form geben. Das ganze Geheimnis besteht darin, sich vorzustellen, wie die Dinge sein sollen. Und das mit einem starken Gefühl der Dankbarkeit zu verbinden und in der Energie der absoluten Gewissheit des erfolgten Erfolgs zu bleiben, bis das gewünschte Realität ist. Das Leben wartet nur auf Ihre Anweisungen. Schaffen Sie sich die Welt, in der Sie leben möchten. Und beginnen Sie mit dem Loslassen. Vor allem Ihre Vergangenheit. Denn die ist ohnehin vergangen und kommt nie mehr wieder. Warum sich also damit belasten? Aber eben auch alle negativen Energien, wie das Ärgern, sich Sorgen machen. Hören Sie einmal auf die Weisheit der Sprache. Sich Sorgen machen. Wir machen uns die Sorgen selbst, da sind gar keine. Wir machen uns Sorgen. Das hat nur Nachteile. Warum also sollten wir das tun? Aber auch eine Tätigkeit, die nicht wirklich Ihre Berufung ist. Eine Beziehung, die nicht wirklich harmonisch und erfüllend ist. Aber auch Probleme in der Erkenntnis, dass es keine Probleme gibt. Es gibt nur Situationen, Umstände, Aufgaben, die zu lösen sind. Lassen Sie vor allem die Gewohnheit los, Ihre Aufmerksamkeit auf etwas zu richten, was nicht sein soll. Auf Mangel und Leid. Und halten Sie sie gerichtet auf Chancen und Lösungen. Lassen Sie vor allem alles los, was Sie Arbeit nennen. Und gestatten Sie dem Leben, Sie fürstlich dafür zu bezahlen, dass Sie das tun, was Ihnen ohnehin am meisten Freude macht. Dann und erst dann haben Sie wirklich bezahlten Urlaub für immer. Lassen Sie den Ernst des Lebens los und gehen Sie bewusst den Weg der Freude. Und machen Sie sich immer wieder bewusst, eine Situation kann noch so schwierig oder gar aussichtslos sein. Das ist ohne jede Bedeutung. Weil Sie ja in jedem Augenblick eine andere Ursache setzen können. Und im gleichen Augenblick beginnt das Leben, sich zu verwandeln. Also lassen Sie sich nicht mehr von Tatsachen beeindrucken, sondern schaffen Sie sich die Tatsachen, die Realität, die für Sie jetzt stimmt. Und Sie können jederzeit damit beginnen. Ob Sie es wissen und wollen oder nicht, Ihr So-Sein bestimmt Ihr ganzes Leben, Ihr Schicksal, Ihre Zukunft. Das ist die Schwingung Ihres Energiefeldes, Ihre energetische Signatur, die Sie ständig aussenden. Das ist Ihr Dauerauftrag an das Leben für entsprechende Ereignisse. Und so entsteht in jedem Augenblick Ihr einmaliges Schicksal. Was in Ihrem So-Sein nicht enthalten ist, kann im Außen nicht zur Realität werden. Alles, was Sie erleben, ist ein Spiegelbild Ihres So-Seins. Das können Sie nicht ändern. Aber Sie können jederzeit Ihr So-Sein ändern. Und im gleichen Augenblick ändert sich Ihre Zukunft, Ihr Schicksal, Ihr ganzes Leben. Machen wir das am besten gleich, praktisch. Sie ändern Ihr So-Sein sofort durch bewusste, gute Laune. Und zwar unabhängig von den Umständen. Und durch bewusstes Sympathischsein. Auch Ihr Selbstbild ist ein wichtiger Teil Ihres So-Seins und sollte Ihrer Wirklichkeit entsprechen. Das Gesetz der Resonanz macht keine Fehler und zieht das in Ihr Leben, was Ihnen entspricht. Und im Spiegel der Lebensumstände wird Ihr sonst unsichtbares So-Sein sichtbar als Ihre erlebte Realität. Also machen Sie sich einmal bewusst, welche Energie Sie gerade aussenden, was Sie damit verursachen und ob es das ist, was Sie wirklich wollen. Jeder Gedanke, jedes Gefühl, jede Überzeugung kommt zu Ihnen zurück als entsprechendes Ereignis und wird so zu Ihrer erlebten Realität. Sie können es sich also gar nicht mehr leisten, schlecht gelaunt zu sein, sich zu ärgern, sich Sorgen zu machen, weil Sie damit eine entsprechend ärgerliche Zukunft verursachen. Verbinden Sie einmal ein starkes Wohlgefühl mit Ihrer Beziehung und machen Sie das Gleiche mit Ihrer Gesundheit, Ihrer Tätigkeit. Wichtig ist, dass Sie das wirklich fühlen. Sonst erleben Sie nur die Vorstellung eines Wohlgefühls, das nichts bewirkt, weil es nur eine Vorstellung ist. Allein dadurch wird Ihr ganzes Leben immer idealer. Verwandeln Sie alle Aspekte Ihres Lebens in Ihr Ideal und schaffen Sie sich so ein immer idealeres Leben. Jeden Morgen liegt ein neuer Tag vor Ihnen und wartet auf Ihre Anweisungen. Schaffen Sie Zielklarheit. Sie müssen wissen, was Sie wollen, überzeugt sein, dass es möglich ist und glauben, dass Sie es können. Beginnen Sie jedes Vorhaben immer mit dem letzten Schritt, dem Schritt ins Ziel und erleben Sie sich in der Erfüllung, im erfolgten Erfolg. Damit nehmen Sie das Gewünschte geistig in Besitz. Wenn Sie es mit einem starken Gefühl verbinden, einem Gefühl der Freude, der Erleichterung und Dankbarkeit. Denn Ihre gefüllte Dankbarkeit verursacht das, wofür Sie dankbar sind. Und dabei ist es ganz gleich, was Sie erreichen wollen. Gesundheit, Erfolg, Wohlstand oder Glück. Alles ist erreichbar, wenn Sie es verursachen. Es macht nicht mehr Arbeit, macht aber viel mehr Spaß. Der nächste Schritt könnte sein, sich als Beobachter beim Leben zuzuschauen. Das ist ein ganz wichtiger, ich würde sogar sagen unverzichtbarer Schritt. Denn damit endet sofort die Identifikation mit der Illusion des Ich. Denn das, was Sie beobachten, können Sie ja nicht sein. Sie sind ja der Beobachter und Ihr Ich ist das Beobachtete. Und Sie erkennen sich als der, der Sie wirklich sind. Vollkommenes, ewiges Sein. Und erleben sich als erwachtes Bewusstsein. Und damit kommen Sie ganz von selbst, vom begrenzten und begrenzenden Denken zur umfassenden Wahrnehmung. Denn was macht ein Beobachter? Der nimmt wahr, was gerade geschieht. Das müssen Sie nicht lernen. Das geschieht von selbst. Und erst als erwachtes Bewusstsein können Sie online gehen, sich mit dem Einsein verbinden und sich von der universellen Weisheit führen lassen. Sie erkennen so die Antwort auf jede Frage, die Lösung für jede Aufgabe, den besten Weg, die richtigen Schritte und vor allem, wie es ausgeht, bevor Sie es beginnen. Leben heißt wählen. Also wählen Sie, nicht irgendwann, jetzt. Und machen Sie sich bewusst, ein Misserfolg ist nicht möglich, weil immer genau das erfolgt, was Sie zuvor bewusst oder unbewusst verursacht haben. Machen Sie so aus jedem Vorhaben einen Erfolg. Einfach, indem Sie vorher nicht aufhören. Eine Sache ist immer erst dann beendet, wenn sie wieder einmal erfolgreich abgeschlossen wurde. Und nutzen Sie wirklich alles als Chance zum Besseren. Auch Probleme und Schwierigkeiten. Optimieren Sie sogar das, was völlig in Ordnung ist. Denn nichts ist so gut, dass es nicht noch besser sein könnte. Und erleben Sie, wie Sie so Ihr ganzes Leben immer idealer werden lassen. Plötzlich ist alles ganz einfach und wird zur Chance zum Besseren. Und als erwachtes Bewusstsein ziehen Sie die natürliche Fülle ganz von selbst in Ihr Leben. Und verwandeln Sie alle Aspekte Ihres Lebens in Ihr Ideal, sodass Ihr ganzes Leben immer idealer wird, ohne dass Sie dafür eine besondere Ursache setzen. Weil Sie eine lebende Ursache für die natürliche Fülle geworden sind. Die Illusion des Ichs ist dann nur noch eine ferne Erinnerung an einen Traum. Sie aber sind erwacht zur Wirklichkeit. Und fragen Sie sich vielleicht nur noch verwundert, warum Sie sich das alles so lange vorenthalten haben. Wo es doch ganz offensichtlich unverzichtbar ist und jederzeit erreichbar. Aber jede negative Energie ist eine Ursache für eine negative Zukunft und verursacht etwas, was Sie ganz sicher nicht haben wollen. Lassen Sie also einfach alles los, was Ihr Leben nicht besser und Sie nicht glücklicher macht. Und Sie wandeln das um, indem Sie sich in der Erfüllung erleben, im Erfolg. Und das mit einem starken Gefühl der Dankbarkeit und Freude verbinden. Und indem Sie das 21 Mal wiederholen, wird das bisher unerwünschte Programm, sich zu ärgern, sich Sorgen zu machen, in Ihrem Unterbewusstsein gelöscht und mit dem neuen, erwünschten Programm überschrieben und so zur Gewohnheit gemacht. Und so erfinden Sie sich ständig neu und verwandeln, ja, verzaubern Ihr ganzes Leben. Machen Sie sich bewusst, am Start stehen Gewinne und Verlierer bereits fest durch die bisher gesetzten Ursachen. Also Ihr Selbstbild, Ihr So-Sein, Ihre Überzeugungen, denn einem jeden geschieht nach seinem Glauben. Das, was Sie glauben, bestimmt das, was Sie erleben. Das Bild, das Sie von sich haben, Ihr So-Sein, bestimmt Ihre Welt. Hätten Sie ein anderes Selbstbild, wäre alles in Ihrer Welt entsprechend anders. Die Welt, in der Sie leben, ist ein Spiegelbild Ihres So-Seins. Aber, wenn Sie wollen, dass die Welt lächelt, müssen Sie zuerst lächeln. Ein Spiegelbild kann nämlich nur das zeigen, was da ist. Also vergewissern Sie sich ab jetzt immer vor dem Start, ob Sie Ihren Erfolg sicher verursacht haben. Und sollte Ihre Antwort nicht überzeugend sein, können Sie noch vor dem Start eine neue Ursache setzen und Ihren Erfolg unvermeidbar machen. Es ist wie das Wählen eines Fernsehprogramms. Nur das gewählte Programm kann auf Ihrem Bildschirm Realität erscheinen. Aber jedes Programm ist möglich und wählbar. Sie müssen auf nichts warten, können sofort beginnen und verwandeln, ja, verzaubern Ihr ganzes Leben. Bringen Sie Ihr erwachtes Bewusstsein immer mehr in Ihren Alltag. Nicht, was Sie tun, ist wichtig, sondern als wer Sie es tun. Und Sie werden so immer mehr Ihr eigener Lehrer und Meister. Und alles wird zum Auslöser für höchstes Bewusstsein. Auf die Uhr schauen. Durch eine Tür gehen. Ein Schluck Trinken. Ein Händedruck. Jedes Wort. Und Ihr ganzes Leben wird zur Meditation. Als Buddha-Bewusstsein leben Sie ständig in der Wirklichkeit Ihres wahren Seins. Ich lehne mich zurück und genieße bewusst das Spiel des Lebens. Als dieses bewusste Eine-Sein nehme ich meinen physischen Körper in Besitz. Erfülle jede Zelle meines Körpers mit der Vollkommenheit meines wahren Seins. Und erlebe, wie mein physischer Körper dadurch immer gesünder wird. Ich trete hervor als der, der ich wirklich bin. Und nehme meinen Platz ein in der Welt und lebe so, wie ich von der Schöpfung gemeint bin. In der Wirklichkeit meines wahren Seins. Und bereit für die nächste Dimension. Schließen Sie einmal die Augen und suchen Sie Ihr Ich. Da kommen Bilder, Gedanken, vielleicht ein Gefühl. Aber kein Ich. Es ist kein Star. Der aber, der nach dem Ich Ausschau hält. Das sind Sie. Das eine Sein, das spielt, ich suche mich. Zu wissen, dass ich nichts bin, ist Weisheit. Zu wissen, dass ich alles bin, ist Liebe. Stellt sich vielleicht die Frage, wie kann man in der Einheit bleiben? Die Antwort ist einfach. Sie können nicht raus. Sie erleben die Präsenz des Seins, indem Sie Ihre Aufmerksamkeit darauf richten. Und indem Sie sich darauf gerichtet halten, sind Sie bei sich selbst angekommen. Willkommen im Club. Es gibt auch nicht verschiedene Ebenen der Erleuchtung. Ein Jemand kann nicht erleuchtet sein. Und wenn niemand mehr da ist, wer sollte dann erleuchtet sein? Wohin Sie auch blicken, Sie entfernen sich damit nur von dem, was ist. Wo wollen Sie auch hin? Sie sind doch hier. Wie lange brauchen Sie, um der zu sein, der Sie sind? Es geht nicht darum, die richtigen Fragen zu stellen. Nicht darum zu verstehen, sondern darum zu erleben, was ist. Der letzte Schritt auf dem Weg zu einem märchenhaften Leben ist, zu leben als Meister. Das heißt, ständig, stimmig zu leben und wirklich segensreich zu leben. Das heißt, ein Segen zu sein für jeden, der das Glück hat, Ihnen zu begegnen. Leben als Meister heißt vor allem ein liebender Sein. Denn wir sind nicht hier, um geliebt zu werden, sondern um zu lieben. Und wenn Sie bereit sind, ich meine, wenn Sie wirklich bereit sind, beginnt das Meisterspiel in diesem Augenblick jetzt für immer. Treten Sie als neuer Mensch in Ihr neues Leben und fangen Sie jetzt an, wirklich segensreich zu leben als der, der Sie wirklich sind, als Meister. Und falls Sie jetzt noch eine Frage haben, kommen wir jetzt zu Ihren Fragen. Ich habe schon einige Fragen notiert, auch wenn ihr jetzt bitte erst die Fragen stellt. Es ist immer wieder das Gleiche, aber vielleicht ist es ja auch gut, immer wieder das zu wiederholen, ist, wie bleibt man bei Bewusstsein und was macht man, wenn die äußeren Umstände eben kommen und einem aus dem Bewusstsein bringen, die ihn immer wieder zurückwerfen. Sie merken sicher, diese Frage stellt sich jedes Mal wieder. Und auch in privaten Gesprächen, wenn jemand ein Anliegen hat, ein Problem hat, ist das immer wieder die Frage. Also wie genau lautet sie? Ja, wie bleibt man bei Bewusstsein und dass die äußeren Umstände einen nicht immer wieder zurückwerfen? Okay, also, wie bleibt man bei Bewusstsein? Ganz einfach. Indem Sie sich bewusst machen, Sie sind Bewusstsein. Sie können da gar nicht raus. Sie können nicht rausfallen aus Versehen. Sie bleiben immer der, der Sie wirklich sind. Das Einzige, was passiert ist, Sie lassen Ihre Aufmerksamkeit anziehen von äußeren Umständen. Sie sind im Gespräch, im Tun vertieft und vergessen für einen Augenblick Ihr wahres Sein. Aber Sie bleiben es natürlich trotzdem. Sie können das gar nicht beenden. Aber es gibt einen einzigen Schritt, der ganz einfach ist, können wir gleich vollziehen. Und dann sind Sie sofort wieder bei Bewusstsein, wann immer Sie merken, dass Sie im Ich sind. Und auch wenn Sie es nicht bemerken sollten, hundertmal am Tag, wenn Sie daran denken, machen Sie sich bewusst, wer bin ich gerade? Und dann treten Sie in der Imagination einen Schritt hinter Ihren Körper und schauen Ihrem Körper, Ihrem Ich über die Schulter, schauen ihm beim Leben zu. Und im gleichen Augenblick sind Sie wieder bei Bewusstsein, sind Sie nicht mehr in der Illusion des Ichs. Denn das, was Sie beobachten, können Sie ja nicht sein. Sie sind ja der Beobachter. Und indem Sie sich das bewusst machen, sind Sie der bewusste Beobachter, erleben sich als der, der Sie wirklich sind, als erwachtes Bewusstsein. Und wann immer es erforderlich ist, wenn Sie sich wieder haben ins Ich ziehen lassen, ins Tun, in ein Gespräch, in was auch immer, hundertmal am Tag erinnern Sie sich daran, ich habe mir früher Zettel überall hingelegt, wer bist du gerade? Und habe dann sofort wieder den Schritt vollzogen in den Beobachter und damit beenden Sie sofort und zuverlässig die Identifikation mit der Illusion des Ichs und sind wieder bei Bewusstsein. Und mit der Zeit lassen Sie sich immer seltener in das Ich ziehen und sind immer sofort wieder zurück bei Bewusstsein und leben bewusst als der, der Sie wirklich sind. Sie sehen, das ist ganz einfach, nur nicht ganz leicht. Man muss nämlich daran denken. Aber finden Sie Ihren Weg, sich zu erinnern und kommen Sie immer wieder zu Bewusstsein. Aber machen Sie sich auch bewusst, es ändert sich dadurch nichts. Sie waren die ganze Zeit Bewusstsein. Sie können da nicht raus. Sie hatten es nur vergessen. Sie haben sich einen Moment ablenken lassen. Das heißt, der ganze Vorgang ist nur eine Erinnerung an die Wirklichkeit Ihres wahren Seins, damit Sie wieder bewusst der sind, der Sie wirklich sind. Das ist das ganze Geheimnis. Vielleicht nochmal ein Schritt, weil es hier jetzt zum Beispiel auch heißt, ich war da schon und bin es, aber dann bin ich rausgefallen, jetzt komme ich da nicht mehr hin. Kannst du dazu noch was sagen? Wie komme ich idealer, es wird auch gefragt, nach einem Werkzeug, nach einem Trick, zu Bewusstsein zu kommen? Welchen Trick brauche ich, um der zu werden, der ich ja bin? Der Trick ist die Erinnerung. Ich muss mich nur erinnern. Ich muss nichts verändern, nichts erarbeiten, nicht ein besserer Mensch werden oder zu Bewusstsein kommen. Das Kommen ist nichts anderes als eine Erinnerung. Und wie lange könnten Sie brauchen, um der zu sein, der Sie sowieso sind, immer waren und immer sein werden? Das ganze Geheimnis ist nur, sich immer wieder daran zu erinnern. Dann gibt es einige Fragen, die gehen in die Richtung, sich etwas zu verwirklichen, einen Wunsch, sich zu verwirklichen. Das eine ist, wenn es doch einen Lebensplan gibt, wie weiß ich, ob es dem entspricht und muss der sich nicht erfüllen? Machen wir mal Step by Step. Also, es gibt einen Lebensplan, aber der ist nicht von irgendwem Ihnen verordnet worden, sondern bevor Sie inkarniert haben, bevor Sie sich überhaupt entschieden haben, hatten Sie eine Absicht, bestimmte Erfahrungen zu machen. Sie saßen, ich sage es mal lässig, auf Wolke 17 und blätterten im Katalog der Inkarnationen und überlegten, in welches Land gehe ich, in welche Zeit, zu welchen Eltern, in welches Umfeld, wo kann ich am besten meine Lebensabsicht verwirklichen? Sie sind also mit einer bestimmten Absicht hierher gekommen. Und Sie haben sich die Umstände ausgesucht, indem Sie diese Absicht am ehesten verwirklichen können. Was war noch die Frage? Zum Beispiel, ja, ist es okay, auch Ego-Wünsche zu verwirklichen? Ja. Vielleicht versetzt Sie sich einmal in ein Bild, das leicht nachvollziehbar ist. Die Mutter mit ihrem Kind, das Ego ist das Kind. Das Kind ist unvernünftig und will alles Mögliche haben. Zum Beispiel sagt das Kind, Mama, ich will jetzt ein Eis haben. Und die Mutter sagt, du, wir essen in einer halben Stunde, warte bis nach dem Essen. Das Kind sagt, ja, aber ich will aber das Eis jetzt haben. Für Kinder ist es ja ganz gleich, wann sie es bekommen, es muss nur sofort sein. Und jetzt kann die Mutter entscheiden, okay, also wenn das dem Kind so viel bedeutet und wenn es sie denn glücklich macht, dann erfülle ich ihnen den Wunsch. Genauso machen sie das mit ihrem Ego, wenn das Ego ein Ferrari will. Und ihnen bedeutet das nichts als erwachtes Bewusstsein. Aber wenn das doch für das Kind so wichtig ist und sie können es sich leisten, das ist natürlich die Voraussetzung, dann können sie entscheiden. Stört das meine Entwicklung, meine Lebensabsicht, wenn ich jetzt meinem Ego eine Freude mache? Und wenn nicht, dann entscheiden sie, sagen gut, wie die Mutter, die sagt, gut, dann kriegt das Kind eben jetzt vor dem Essen ein Eis. Das ist unvernünftig, aber dann ist es was weniger, spielt auch keine Rolle. Also wenn es ihre Lebensabsicht nicht stört, können sie jederzeit auch ihrem Ich-Ball eine Freude machen. Dann wurde gebeten, ob du ein Beispiel nennen kannst, wie eine neue Ursache in Besitz zu nehmen und sich am Start schon als Sieger zu sehen. Okay, das habe ich zwar bisher erst tausendmal gesagt, dann sagen Sie es jetzt zum tausend und einsten Mal. Also, Sie nehmen etwas ganz einfach geistig in Besitz, indem Sie sich in die Erfüllung versetzen, in den erfolgten Erfolg. Das ist ganz wichtig, weil viele versetzen sich in ihren Wunsch. Ich hätte gern, ich hätte gern beinhaltet, aber ich habe nicht, beinhaltet einen Mangel und verhindert so die Erfüllung. Also etwas geistig in Besitz nehmen ist Voraussetzung für die Erfüllung. Und Sie nehmen es geistig in Besitz, vielleicht machen wir das gleich praktisch, nehmen Sie einmal irgendetwas, das Ihr Leben bereichern würde, das schön wäre und stellen Sie sich einmal das als erfüllt vor. Aber schließen Sie die Augen, sehen Sie es vor sich. Das ist noch eine Vorstellung. Wenn Sie es dabei belassen, das bewirkt gar nichts. Eine Vorstellung ist nur eine Vorstellung, wie die Weisheit der Sprache sagt, das steht dann da vorne. Das ist so, wie wenn Sie sich vorstellen, Sie haben einen Katalog von einem Warenversandhaus und Sie stellen sich vor, dass Sie etwas Bestimmtes bestellen. Da passiert gar nichts, Sie kriegen es nicht. Sie müssen es bestellen. Und bestellen tun Sie, indem Sie sich mit dem Erwünschten verbinden. Das heißt, sich in der Erfüllung erleben. Und erleben heißt fühlen. Ich fühle mich in der Erfüllung. Ich habe es erreicht. Ich bin am Ziel. Es ist geschehen. Der zweite Schritt. Ich verbinde jetzt dieses Erleben mit einem starken Gefühl. Denn das Gefühl ist die Kraft der Verwirklichung. Ich verbinde es mit einem starken Gefühl der Freude. Der Erleichterung. Gott sei Dank, genau, ja, der Dankbarkeit. Und meine gefühlte Dankbarkeit verursacht das, wofür ich dankbar bin. Jetzt habe ich das geistig in Besitz genommen. Das heißt, jetzt ist es Teil meines So-Seins geworden. Und alles, was in diesem Lebensfilm So-Sein enthalten ist, muss vorne auf der Leinwand Realität erscheinen. Und alles, was nicht in meinem So-Sein enthalten ist, kann nicht zu meiner Realität werden. Also geistig in Besitz nehmen heißt vollziehend erleben, ich habe es erreicht, ich bin am Ziel. Es ist geschehen. Und das mit einem starken Gefühl der Freude und Dankbarkeit zu verbinden. Und der letzte Schritt ist, bleiben Sie in dieser Energie der absoluten Gewissheit der erfolgten Erfüllung, bis es Realität ist. Der Schritt ist auch für manche noch schwierig, für viele sogar. Aber machen Sie sich wieder bewusst, es ist die gleiche Situation, Sie haben jetzt etwas bei einem wahren Versandhaus bestellt. Sie haben es im Katalog gefunden, Sie haben angerufen. Man hat Ihnen gesagt, innerhalb von drei Werktagen lieferbar. Alles klar, Sie beenden das Gespräch. Und jetzt könnte der Verstand kommen und sagen, na und, wo ist es? Hat sich doch nichts geändert. Aber Sie wissen natürlich, nein, die haben ja gerade erst mal eine Bestellung bekommen. Und die müssen das jetzt vom Lager holen. Das muss verpackt werden, die müssen es zur Post bringen. Die Post muss es zu mir bringen. Und ich nehme es in Empfang und dann habe ich es. Das heißt, Sie bleiben die ganze Zeit in dieser Gewissheit der absoluten erfolgten Erfüllung. Weil Sie wissen, alles geschehen, das kommt jetzt dieser Tage. Da kann ich mich drauf verlassen. Und in dieser Gewissheit bleiben Sie, bis es geschehen ist. Das heißt, ohne die absolute Gewissheit der erfolgten Erfüllung kann es nicht in Erfüllung gehen, weil es nicht Teil Ihres So Seins ist. Mit der Energie der absoluten Gewissheit der erfolgten Erfüllung ist es Teil Ihres So Seins und muss auf dem Bildschirm Realität erscheinen als Ihr Schicksal, Ihre erlebte Realität. Das ist geistig in Besitz nehmen. Wir müssen noch mal einen Schritt zurück. Es sind ganz viele Fragen. Ja, was ist, wenn ich überhaupt nicht weiß, was ich will? Wenn ich denke, das ist mein Ego und weiß nicht, ist es mein Lebensplan, ist es mein Ego? Dann kann ich mich nicht entscheiden, wie erkenne ich meinen Lebensplan? Wenn ich dann etwas tue, kommen Katastrophen auf mich zu? Nicht so viel, nicht so viel. Also noch mal, der Schritt zurück. Wie erkenne ich überhaupt, was mein Plan ist, was ich wirklich will? Der Unterschied zwischen Ego und Selbst. Ganz einfach. In der Frage liegt schon die Lösung. Das ist eigentlich keine Frage, das ist die Lösung. Wie erkenne ich? Ich erkenne überhaupt nicht. Solange ich da bin, weiß ich nur von meinen Wünschen, was ich will. Aber sollten Sie wirklich als Ich leben in dieser Schwierigkeit? Damit ziehen Sie ganz automatisch diese ganz normalen menschlichen Probleme an, die zu lösen sind. Dann sind Sie ein Leben lang beschäftigt mit dem Lösen von Ich-Problemen. Sie sind in der Illusion. Das ist das Ich. Also der erste Schritt, wenn Sie nicht wissen, was Sie wollen, ist Beobachter sein, zu Bewusstsein kommen, bewusst eins werden mit dem Einen. Sie sind ja ein ungetrennter Teil des Einen Seins. Sie machen sich das nur wieder bewusst. Sie müssen also nichts tun. Sie erinnern sich also nur wieder daran. Und jetzt richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihre Frage und im gleichen Augenblick fällt Ihnen die Antwort ein. Wenn Sie vor einer Frage stehen, erkennen Sie sofort die richtige Antwort. Wenn Sie vor einer Aufgabe stehen, erkennen Sie die Lösung, den besten Weg, die richtigen Schritte, den optimalen Zeitpunkt und so weiter. Also noch einmal, um Ihre Frage zu beantworten, wann immer Sie unsicher sind, sind Sie im Ich. Denn Bewusstsein ist nicht unsicher. Bewusstsein weiß. Also ist das eine liebevolle Botschaft des Lebens. Du bist gerade in der Illusion des Ich. Da kannst du nichts erkennen. Also komm zu Bewusstsein. Erster Schritt wieder beobachten. Wir bewusst machen, wer ich bin. Wir bewusst machen, ich bin eins mit dem einen Sein. Ich bin ein ungetrennter Teil. Und jetzt richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Frage, was will ich, was ist meine Lebensabsicht, was ist der nächste Schritt. Und im gleichen Augenblick, in Nullzeit, fällt es Ihnen ein. Das ist alles. Dann gab es einige Fragen bezüglich Gefühlen und Emotionen. Zum einen eben hat Bewusstsein überhaupt sowas wie Emotionen, Wut, Depression ist eine Frage. Wie komme ich da raus? Die gleiche Antwort wie eben. Alles das sind Ich-Probleme. Nur ein Ich kann sich ärgern, hat Depressionen, macht sich Sorgen, hat Probleme, Schwierigkeiten, Wünsche, Hoffnung, erlebt Enttäuschungen. Alles das ist eine liebevolle Botschaft des Lebens. Du bist gerade in der Strubbeligkeit der Illusion des Ich. Willst du dir das wirklich antun? Dann bist du ein Leben lang beschäftigt, das zu lösen. Und wenn du etwas gelöst hast, entstehen zwei neue Probleme. Schwierigkeiten, Strubbeligkeiten, Sorgen, Ängste, Depressionen und so weiter. Die Lösung ist, die kleine Lösung ist, ich helfe meinem Ich bei der Depression, wie eine Mutter dem Kind. Wenn das Kind sagt, Mami, ich traue mich nicht ins Bett zu gehen, ich habe Angst, dass da ein böser Geist unter dem Bett ist. Da kann ich nicht schlafen. Die Mutter weiß natürlich, dass da kein böser Geist unter dem Bett ist, aber das überzeugt das Kind nicht. Also geht die Mutter auf das Kind ein, nimmt es in der Hand und sagt, du brauchst keine Angst haben. Ich gehe jetzt mit dir in dein Zimmer und wir gucken mal nach zusammen. So, jetzt gucken wir mal unters Bett. Und ist da ein böser Geist? Das Kind, nee, an der Hand der Mutter hat es ja keine Angst. Guckt es? Nee, da ist es nicht. Jetzt gucken wir zur Vorsicht noch im Kleiderschrank. Da ist auch keiner. Im Nachtkästchen auch keiner. Ah, da ist ja gar keiner. Okay, dann kannst du ruhig schlafen. Das heißt, die Mutter ist auf die Illusion des Ich, auf dessen Sorgen, Depressionen eingegangen und hilft dem Kind, in dem Fall dem Ich, damit zurechtzukommen und das aufzulösen. Das ist der mühsame menschliche Weg, die kleine Lösung. Die große Lösung ist, ich erinnere mich daran, wer ich bin, wer ich wirklich bin. Bin wieder der Beobachter, bin wieder erwachtes Bewusstsein. Und brauche jetzt keine Lösung für das Problem, weil das Problem nicht mehr da ist. Bewusstsein kennt keine Depression, hat keine Ängste, Sorgen. Das ist die große Lösung. Also immer wieder den Schritt tun über den Beobachter in das erwachte Bewusstsein. Und dann schauen Sie auf Ihre Angst und erkennen, nein, ich habe keine Angst. Mein Ich hat Angst, hat das und so weiter. Und dann kann ich als Nicht-Betroffener, als erwachtes Bewusstsein meinem Ich helfen, mit den Dingen zurechtzukommen. Das nächste große Fragengebiet sind Krankheiten, Symptome. Ist es wichtig, die Ursache, also die Botschaft zu erkennen, was mache ich, wenn es schon so chronisch und lange ist, wie komme ich raus? Wieder die gleiche Antwort, immer das Gleiche. Große und kleine Heilung. Die kleine Heilung ist, ich schaue auf die Botschaft meines Symptoms. Wenn ich die Sprache der Symptome nicht verstehe, kann ich mir ein Buch kaufen. Es gibt eine ganze Reihe guter Bücher. Von mir zum Beispiel die Botschaft deines Körpers oder was dir deine Krankheit sagen will. Aber auch von anderen gibt es gute Bücher darüber. Und dann schlage ich nach, was bedeutet das und so weiter. Und dann tue ich das, was notwendig ist, um das aufzulösen. Das ist die kleine Heilung. Die große Heilung ist wieder, ich komme zu Bewusstsein. Bewusstsein kann nicht krank werden. Hat keine Symptome. Als Bewusstsein weiß ich ja auch, was zu tun ist und tue. Das Richtige, bevor mir mein Körper ein Symptom schicken muss, also eine Nachricht schicken muss. Das ist ungefähr so wie mit Ihrem Auto. Wenn Sie warten, bis der Benzinanzeiger bei Null ist, dann kann es sein, dass Sie liegen bleiben irgendwo und müssen schieben oder mit dem Kanister loslaufen zur nächsten Tankstelle. Das ist mühsam. Oder wenn die Ölkontrolllampe aufleuchtet, dann wissen Sie, jetzt wird es aber Zeit, da fehlt Öl. Wenn Sie natürlich Ihr Auto rechtzeitig zur Inspektion geben und rechtzeitig tanken gehen. Ich tanke immer schon, wenn es noch halb voll ist, fühle ich mich wohler, wenn es ganz voll ist. Dann muss Ihnen Ihr Auto nie eine Botschaft schicken. Das heißt, der Kraftstoffanzeiger kommt nie mehr in den roten Bereich. Die Ölkontrolllampe leuchtet nie wieder, weil Sie rechtzeitig den Ölstand kontrollieren. Und genauso macht es Ihr Körper. Wenn Sie als erwachtes Bewusstsein rechtzeitig tun, was zu tun ist, gibt es keine Notwendigkeit mehr, Ihnen eine Botschaft ein Symptom zu schicken. Das heißt, Krankheit als Leere wird nicht mehr gebraucht. Und Sie brauchen keine Botschaft verstehen, weil keine mehr kommt. Und Sie haben immer die Wahl. Kleine Lösung ist immer in die Illusion gehen und dort dem Ich helfe oder große Lösungen zu Bewusstsein kommen. Und die Probleme sind verschwunden. Es kommen persönliche Fragen, ob du oder wann du das letzte Mal Symptome hast. Ob überhaupt noch Symptome bei dir auftreten, was du in die Richtung willst. Kein Problem. Das letzte Symptom, was ich mich erinnere, ist jetzt fast zehn Jahre her. Das war ein Herzinfarkt. Und manche meiner Freunde haben mich gefragt, wie kann dir das passieren? Wieso kriegst du sowas noch? Ganz einfach, weil ich etwas übersehen habe. Herz, machen Sie sich einmal bewusst, was Herz ist. Herz ist das Zentrum der Gefühle. Und ich war früher als junger Mann sehr jähzornig und machte Kampfsport und traute mich natürlich, mich mit jedem auseinanderzusetzen und ging dann keiner Schlägerei aus dem Weg. Und setzte mich dann so auseinander und hat mir auch noch Freude gemacht. Und irgendwann habe ich gedacht, Moment, das wird jetzt gefährlich. Ich muss meine Gefühle unter Kontrolle kriegen. Ich darf nicht mehr so explodieren. Und das hat lange gedauert, bis das mir gelungen ist. Aber irgendwann war es geschafft. Und ich habe immer gelernt, bei jedem Ärger erst bis zehn zählen, bevor ich reagierte. Und dann hatte ich schon die Übersicht und konnte das Richtige tun. Und wann immer ich mein Leben betrachtete und überlegte, ist da noch irgendwo eine Lektion, fand ich keine mehr. Und wenn ich an meine Gefühle dachte, dachte ich an, das habe ich optimal gelöst. Die sind vollkommen unter Kontrolle. Da habe ich nie mehr ein Problem gehabt damit, das ist optimal gelöst. Dann kam der Herzinfarkt und ich musste erkennen, ich habe das nicht gelöst. Ich habe das verdrängt. Ich habe meine Gefühle eingesperrt gehabt. Ich habe die nicht mehr zugelassen. Und dadurch habe ich nichts mehr gespürt und dachte, wow, ich bin immer in Frieden, immer gut gelaunt, nie mehr jetzt, sondern ich. Alle kennen mich nur immer ausgeglichen und so weiter. Und dann musste das Leben mir einfach eine Botschaft schicken und sagen, nicht, dass du das zu spät merkst, erst wenn du zu Hause bist, dass du diese Lektion nicht gelernt hast. Und dann musste ich lernen, meine Gefühle wieder zuzulassen, damit umzugehen. Und deswegen war diese Botschaft notwendig geworden. Es kann also sein, dass es Ihnen auch mal so ähnlich geht, dass Sie eine Botschaft einfach nicht rechtzeitig erkennen können, Wenn Sie das eine Aufgabe nicht rechtzeitig erkennen können, dann können Sie sie nicht lösen, weil sie ja für Sie nicht existent ist. Und dann zwingen Sie damit, das Leben Ihnen eine Botschaft zu schicken. Aber sobald Sie bei Bewusstsein sind und wirklich alles erkennen, ergibt sich keine Notwendigkeit mehr für eine Botschaft. Und dann sind Sie frei. Kannst du noch was zu den geistigen Gesetzen sagen? Zum Beispiel die oben, so unten, innen, wie außen. Also die Gesetzmäßigkeiten, in denen alles eingebettet ist. Also da habe ich ein ganzes Buch drüber geschrieben und andere auch. Die geistigen Gesetze. Jetzt stellen Sie mich vor die Aufgabe, wie kann ich den Inhalt eines Buches in drei Sätzen erklären? Das ist natürlich nicht möglich, aber ich versuche es trotzdem. Unmögliches machen wir ja immer sofort, 100, zwei bis drei Tage. Also das ganze Leben unterliegt einer bestimmten Ordnung, den geistigen Gesetzen. Vor allem den Gesetz von Ursache und Wirkung. Alles, was Sie erleben, wirklich alles, ist eine Wirkung. Die kann nur erfolgt sein, weil eine bestimmte Ursache vorausgegangen ist. Also jede Wirkung macht Sie aufmerksam auf die Ursache. Und jetzt versuchen Sie nicht, die Wirkung zu verändern. Das versuchen die meisten, die Realität zu ändern. Die Realität ist nur eine Wirkung. Ich muss die Ursache erkennen. Die Ursache ist Ihr So-Sein. Das heißt also, indem Sie Ihr So-Sein die Ursache verändern, muss sich auf dem Bildschirm Realität die Wirkung verändern. Ihr ganzes Leben, Ihr Schicksal. Also wenn Sie nur dieses eine Gesetz beachten, das Gesetz von Ursache und Wirkung, dann sind Sie schon sehr weit. Und wenn Sie dann noch vielleicht ein Gesetz dazunehmen, das Gesetz der Resonanz. Das heißt, Ihr Schicksal entspricht Ihrem So-Sein. Ihr So-Sein verursacht entsprechende Ereignisse. Sie ziehen also das an, was Ihnen entspricht. Und das, was Ihnen nicht entspricht, können Sie nicht anziehen, auch wenn Sie es gerne hätten, weil Sie nicht kompatibel sind dafür. Das ist ungefähr so wie mit Ihrem Computer. Stellen Sie sich vor, es ist wichtig, Ihr Leben, auf welchem Betriebssystem laufen Sie. Laufen Sie auf dem Betriebssystem Illusion des Ich, dann sind alle Bewusstseinsprogramme nicht kompatibel und nicht empfangbar. Deswegen passiert es immer wieder, dass jemand in einem Kommentar sagt, verstöre ich nicht, glaube ich nicht, ist nicht existent, ist esoterische Spinnerei. Das ist seine Wirklichkeit. Das Ich kann das nicht wahrnehmen. Es kann also Bewusstseinsprogramme nicht empfangen. Und umgekehrt, wenn Sie auf dem Betriebssystem laufen, erwachtes Bewusstsein, dann können Sie alle Programme empfangen, auch die Ich-Programme. Aber Sie erkennen sie als Ich-Programm. Das ist nicht mein Programm für erwachtes Bewusstsein, sondern das ist ein Ich-Programm. Sie wissen also, wenn da Angst auftaucht, nicht ich habe Angst, sondern mein Ich hat Angst. Mein Ich hat eine Depression. Mein Ich hat, und dann kann ich dem helfen, damit zurechtzukommen. Aber Sie haben das nicht mehr. Deswegen ist es entscheidend, auf welchem Programm Sie laufen, mit was Sie in Resonanz gehen können. Nein, das ist das Gesetz der Resonanz. Und wenn Sie noch ein Gesetz dazunehmen, das Gesetz der Wandlung, das heißt, alles, was ist, kann gewandelt werden in das, was sein soll. Also bevor wieder einer fragt, wie macht man das, haben wir auch schon gesagt, haben wir sogar eben gerade schon gesagt, indem ich es geistig in Besitz nehme. Ich nehme also das, was ist und sage, nein, das gehört nicht zu mir. Das entspricht mir nicht. Ist nicht wahr. Wenn es Ihnen nicht entsprechen würde, wäre es nicht da. Das heißt, Sie sind also noch kompatibel damit. Sie haben noch etwas. Sie sind noch in Resonanz dazu. Also muss ich erkennen, da ist noch etwas in mir, was das verursacht hat. Also wandle ich das nicht im Außen, sondern in mir um, in meinem So-Sein, nehme es geistig in Besitz, verbinde es mit dem Gefühl und habe es gewandelt in das, was sein soll. Dann geschieht es nicht mehr. Jetzt hast du ganz viel mit Gefühlen losgetreten. Ich glaube, nächsten Sonntag darfst du ein bisschen ausführlich über Gefühle, Gefühle zulassen, Bewusstsein zu erfüllen. Da glaube ich, darfst du nächsten Sonntag ein bisschen ausführlicher erzählen, weil das ist ganz viel nachgesagt. Okay, dann erinnere mich nächsten Sonntag daran, dass wir es für jetzt gut sein. Vielleicht noch eine letzte Frage, wenn du noch kannst und dann gehen wir bewusstseinswirksam sein. Nochmal jetzt zu dieser Zeit, Corona-Krise mit allen Herausforderungen. Wie geht man optimal jetzt in dieser Zeit um? Womit geht man in dieser Zeit um? Mit eigenen Dingen, die vielleicht ausgelöst werden, innerliche wie Angst oder was auch immer, Zweifel oder äußeren, Schwierigkeiten, keinen Job, Ungewissheit, wie es weitergeht. Wie geht man mit allen Dingen um? Also zum 1.0002. Mal. Alles, was ist, muss mir entsprechen, weil wenn es als Wirkung in Erscheinung tritt, dann bin ich noch in Resonanz damit. Das heißt, ich bin noch mit einem Bein im Ich, bin noch identifiziert damit und verursache das damit. Also bin ich wieder aufgefordert, will ich jetzt die kleine Lösung, dann helfe ich meinem Ich mit seiner Angst umzugehen, mit seinem Jobverlust und so weiter. Aber wenn ich erwachtes Bewusstsein bin, gehen Sie doch mal in diese Situation rein und erleben Sie es einmal. Als erwachtes Bewusstsein können Sie Ihren Job nicht verlieren, es sei denn, es ist eine Chance zum Besseren. Als erwachtes Bewusstsein ziehen Sie das an, was Ihrem erwachten Bewusstsein entspricht. Und alles ist gut. Sie sind ein lebender Magnet für die natürliche Fülle. Also wichtig ist immer nur Ihr So-Sein. Alle Strubbeligkeiten, die Ihnen im Leben als Realität begegnen können, resultieren daraus, dass Sie immer noch oder immer wieder mal mit dem Ich identifiziert sind und dadurch in Resonanz gehen mit Ich-Problemen und die in Ihr Leben ziehen und damit zwingen Sie, das Leben in eine Botschaft zu schicken und so weiter. Und Sie haben die Wahl. Helfe ich jetzt meinem Ich, ein Problem nach dem anderen zu lösen? Dann sind Sie ein Leben lang beschäftigt. Oder aber mache ich den Schritt raus und sage, danke, Leben, dass du mich daran erinnerst. Ich bin kein Ich. Ich bin Bewusstsein. Ich bin erwachtes Bewusstsein. Ich bin damit wieder ein Magnet für die natürliche Fülle. Ich ziehe wieder das an, was zu meinem Leben gehört. Und damit sind Probleme, Schwierigkeiten, Sorgen, Jobverlust, Erinnerungen an die Zeit in der Illusion des Ich. Es ist Ihre Wahl, auf welchem Weg Sie das lösen. Beide Wege führen zum Erfolg. Jetzt wollen wir gemeinsam wieder das Bewusstseinsfeld. Das ist wirklich hier nicht nur aus dem Europäischen, sondern bis Neuseeland. Ich glaube, zwei aus Neuseeland, aus Jakarta, aus Kapstadt. Gut, die in Amerika oder so, ich glaube, die schlafen noch. Aber ansonsten sind wir wirklich ganz, ganz weit, weit verbreitet. Und wir würden gerne mit euch gemeinsam jetzt, so wie beim letzten Mal, bewusst werden, natürlich ganz präsent sein. Aber auch dieses Bewusstseinsfeld, das uns jetzt ausmacht, über tausend oder jetzt um die tausend Teilnehmern. Wir bitten euch wirklich, live jetzt dabei zu sein, um gemeinsam unser Heilsein, unser Inordnungsein, unser Bewusstsein wahrzunehmen in diesem Moment. All die anderen, die hier sind, die vielleicht auch geistig hier sind, die physisch verhindert sind, aber trotzdem geistig mit ihrer Absicht präsent sind, dass wir uns wahrnehmen in dieses wirklich fast weltweit um spannendes Bewusstseinsfeld und von hier aus in dem, der wir wirklich sind, dieses Heilsein, dieses Inordnungsein, dieses, ja, diese Frequenzen dessen, was dir wichtig ist, bewusst jetzt präsent zu haben, um sie wirklich in die Welt zu geben. Du bist dran? Magst du mitmachen? Ja, aber geben ist ja kein Tun, sondern das ist ein Sein. Ich dachte, du hast sie gerade aufgefordert, jetzt ganz bewusst Teil dieses weltumspannenden Bewusstseinsfeldes zu sein, sich in der Einheit zu fühlen, es vollziehen zu erleben, sich als Teil und gleichzeitig das Ganze zu sein und ihren Teil in dieses Feld hineinfließen zu lassen. Vielen Dank. 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 Ich lade dich ein. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.